Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Nur einer lernt aus seinen eigenen Fehlern. Der Weise lernt aus den Fehlern anderer. Die Hauptsache ist, Geschichte zu machen, nicht sie zu schreiben. Wenn es jemals wieder einen Krieg in Europa gibt, wird er aus irgendeiner verdammten Dummheit auf dem Balkan kommen. Je weniger die Leute wissen, wie Wurst und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie nachts. Politik ist die Kunst des Möglichen, des Erreichbaren, die Kunst des Nichtsbesten. Gesetze sind wie Bürstchen. Es ist besser, nicht zuzusehen, wie sie hergestellt werden. Dummköpfe sagen, dass sie durch Erfahrung lernen. Ich profitiere lieber von den Erfahrungen anderer. Menschen lügen nie so viel wie nach einer Jagd, während eines Krieges oder vor einer Wahl. Um einen gewissen Respekt vor Bürsten und Gesetzen zu bewahren, darf man ihnen nicht bei der Herstellung zu sehen. Ich habe festgestellt, dass nichts ihre Gegner so täuscht, wie ihnen die Wahrheit zu sagen. Ein Appell an die Angst findet nie ein Echo in den Herzen der Deutschen. Dummköpfe lernen aus Erfahrung. Ich lerne lieber aus den Erfahrungen anderer. Ich bin gelangweilt. Die großen Dinge sind getan. Das Deutsche Reich wird gemacht. Einen wirklich großen Mann erkennt man an drei Zeichen, Großzügigkeit im Design, Menschlichkeit in der Ausführung, Mäßigung im Erfolg. Wehe dem Führer, dessen Argumente am Ende eines Krieges nicht mehr so plausibel sind wie am Anfang. Wer von Europa spricht, irrt. Es ist ein geografischer Ausdruck. Politisches Urteilsvermögen ist die Fähigkeit, die fernen Hufschläge des Pferdes der Geschichte zu hören. Ich habe drei Kaiser in ihrer Nacktheit gesehen, und der Anblick war nicht inspirierend. Das Leben eines Menschen ist wie ein Schachspiel, das er nach seiner Kunst spielt. Gott hat eine besondere Vorsehung für Narren, Trunkenbeute und die Vereinigten Staaten von Amerika. Eine reiche Gesellschaft muss sich um die Armen kümmern. Menschen lügen nie so viel wie vor einer Wahl, während eines Krieges oder nach einer Jagd. Was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass niemand aus der Geschichte lernt. Liebe ist blind, Freundschaft versucht, es nicht zu bemerken. Die großen Fragen der Zeit werden nicht durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Das allgemeine Wahlrecht ist die Regierung eines Hauses durch seine Kinderstube. Kämpfe niemals mit Russisch. Auf jede ihrer Strategien antworten sie mit unberechenbarer Dummheit. Ihr seid Narren, die sagen, dass ihr gerne aus euren Fehlern lernt. Ich ziehe es vor, aus den Fehlern anderer zu lernen und meine eigenen Kosten zu vermeiden. Menschen, die Wurst lieben, und Menschen, die an Gerechtigkeit glauben, sollten niemals bei der Herstellung von beidem zusehen. Nicht durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Wenn sie die Welt täuschen wollen, sagen sie die Wahrheit. Hunde folgen denen, die sie füttern. Jeder, der auf dem Schlachtfeld starb, wird es sich gut überlegen, bevor er einen Krieg beginnt. Wer den Daumen auf dem Geldbeutel hat, hat die Macht. Bei einem Gentleman bin ich immer anderthalb Gentleman, und bei einem Betrüger versuche ich, anderthalb Betrüger zu sein. Das Geheimnis der Politik, machen sie einen guten Vertrag mit Russland. Die großen Fragen der Zeit werden nicht durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse, sondern durch Eisen und Blut entschieden. Arbeiterklasse ist die Ungewissheit des Lebens. Sie können nie sicher sein, dass sie einen Job haben werden oder dass sie gesund und arbeitsfähig sind. Wir können einen Menschen nicht vor allen Krankheiten und Unglücksfällen schützen. Die Amerikaner sind ein sehr glückliches Volk. Sie werden im Norden und Süden von schwachen Nachbarn und im Osten und Westen von Fischen begrenzt. Glauben sie niemals etwas in der Politik, bis es offiziell geleugnet wurde. Alle Verträge zwischen großen Staaten verlieren ihre Verbindlichkeit, wenn sie mit dem Kampf ums Dasein in Konflikt geraten. Danke fürs Ansehen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken, achte auch auf die Videos, die du auf dem Bildschirm siehst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020